Shirsha Pada Lagudhanurasana ist der kleine Bogen mit Füßen zum Kopf. Fabian, Ausbildungsleiter bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Von der Bauchlage ausgehend fasse mit den Händen um die Knie, wobei die Knie nach oben gehen. Das ist Lagudhanurasana. Und dann gib noch die Füße auf den Kopf. Dann bist du in Shirsha Pada Lagudhanurasana eine wunderbare Übung, um die Flexibilität in Oberschenkel, Hüften und oberen Rücken und Schultern zu kultivieren.